Wieso wir die Ausbildung im Zogger Kantonsspital zur Diplomierten Pflegefachfrau weiterempfehlen können? Jeder hilft dir dabei, dass du deinen Traum zur Diplomierten Pflegefachfrau erreichen kannst. Du bekommst den Einblick in verschiedene Lebensalltäge und das finde ich mega spannend. Unser Haus ist gross und super modern. Trotzdem ist alles gut überschaubar und wir sind wie eine Familie. Zusammenarbeit ist bei uns ein wichtiger Punkt. Vom Team wird schnell aufgenommen und dein Lernprozess wird unterstützt. Danke. Das Trotti brauchen wir eigentlich nur in der Nacht, aber cool ist es trotzdem. Bei uns wirst du gut begleitet und es bilden sich immer tolle Lernsituationen. Du kannst dir vielleicht denken, dass es in unserem Berufsalltag viele lebensverändernde Situationen gibt. Allen ist jedoch wichtig, dass man das Positive nicht aus den Augen verliert. Falls du irgendwann mal das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, haben wir die Lernenden Werkstatt, um alles anzuschauen oder noch mal üben. Nach einer Ausbildung im Zuger Kantonsspital bist du gewappnet für den Berufsalltag überall. Komm, ich gehe hoch. Ich auch. Haben wir dieses Interesse geweckt? Dann komm doch auch zu uns ins Zuger Kantonsspital. Komm, ich gehe hoch. Vielen Dank.